Ja, heute mit diesen Tagesthemen und vielen interessanten Kurznachrichten und diesem Tagesbild. Ja, wir können das vielleicht noch ein bisschen nach Süden rücken. Ich glaube, so ist ganz okay. Dann beginnen wir mit ein paar positiven Kommentaren, weil ja heute es auch wieder um die Irrtümer von Dr. Markus Krall geht. Und so ein paar Kommentare, die zeigen, dass eben viele in der Lage sind, die nextscientistsforfuture.de zu verstehen. Bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Unten rechts das Zahnrädchen anklicken. Danke für den Beitrag, auch über den Kommentar zu diesem Dr. Krall. Sehr guter Vortrag. Das ist ein Irrtumsgeschehen sozusagen. Das ist ganz normal für Menschen. Ja, und ja, dann vielleicht noch der Kommentar. Ja, auch mal angenehm, wenn es in einem Beitrag einer Diskussion, gemeint ist Termin 12 vom Corona-Ausschuss ab 1 Stunde 47 Minuten. Ist gemeint, ist gemeint auch mal angenehm, wenn es in einem Beitrag einer Diskussion nicht nur um Probleme, sondern auch um Lösungen geht. Dabei haben wir das Wissen, die Menschen, die Visionen, alle Möglichkeiten, eine tolle Gesellschaft, eine tolle Zukunft aufzubauen. Das war unter einer Sendung mit Next Scientists for Future. Ja, und wir sollten wirklich, damit wir diese Offenheit demonstrieren, Gemeinwohlökonomie und Next Scientists for Future sollte die Welt im Moment gemeinsam diskutieren und kontrovers diskutieren. Ja, wunderbar. Gutes Konzept. Danke. Ich wäre für die Umsetzung. Cool. Sehe ich auch so. Guter Beitrag. Danke. Ich hoffe, Ihre interessante Meinung findet Gehör. Dass das Marktwirtschaftssystem böse ist, habe ich jetzt begriffen. Ja, Herr Dr. Krall, das fehlt Ihnen noch, dass Sie erkennen, dass das der freie Markt böse ist. Ja, gut, damit lasse ich es mal für jetzt bewenden. Ja, und dann geht es jetzt, ich denke, zu den Kurznachrichten. Ja, Kurznachrichten. Entweder ist der Markt frei oder der Mensch. Ja, das ist der Satz, der ja auch irgendwie dann zu den Tagesthemen passt. Also deswegen bitte, lieber Markus Krall, lieber Attila Hildmann, Sie neigen dazu, irgendwo den bösen Menschen zu sehen. Denken Sie um. Es ist der böse freie Markt und die böse freie Arbeitsteilung. Die ist das, was die Ursache aller Ursachen ist, sozusagen. Vergessen Sie die Idee mit den bösen Menschen. Machen Sie sich klar, dass Sie da dann auch sehr schnell im Bereich einer beweislosen Verdächtigung anderer Menschen sind. Und da regt sich im Moment, werde ich gleich in den Kurznachrichten noch berichten, ja schon Widerstand dagegen, dass man sich solche Beleidigungen nicht gefallen lassen will. Ja, da wurden ja die Bilder gezeigt. Ich erinnere mich jetzt von Professor Drosten, Frau Dr. Merkel und vielen anderen in Sträflingskleidung mit der Bezeichnung schuldig. Das nennt man eine Vorverurteilung. Und das ist sicherlich eine beleidigende Vorverurteilung, eine beweislose Verdächtigung. Und ist in unserem Rechtsstaat, müsste eigentlich streng bestraft werden. Und lieber Attila Hildmann, Sie setzen sich auch der Gefahr aus, in dieser Weise bestraft zu werden. Und dieser Kernsatz, entweder ist der Markt frei oder der Mensch. Das ist doch ein schöner, neuer Kernsatz, ja. Und den möchte ich also auch, Sarah Wagenknecht, die auch den freien Markt und die freie Arbeitsteilung nicht als das Urproblem erkennt, sondern immer noch irgendwie in marxistischer Terminologie wieder mal geredet hat. Nämlich so irgendwie mit Ausbeutung oder ich glaube, es gibt ja so Schlüsselbegriffe. Karl Marx ist ja derjenige, der erstens mal sagte, ach nee, Frau Wagenknecht hat in der Sendung dann gesagt, ja, dass die quasi nicht die Unternehmer arbeiten, sondern die tausenden Arbeitnehmer, die arbeiten und die erarbeiten eigentlich den Reichtum. Damit wird eigentlich gesagt, es spielt keine Rolle, wer das iPhone erfunden hat. Der Verkaufserfolg bei dem iPhone, den hätten auch die Mitarbeiter erziehen können und nicht ein geniales Erfindertum. Und es hat auch keine genialen Unternehmer gebraucht, um diesen Erfolg zu erzeugen, sondern die Mitarbeiter hätten ganz von sich aus sowieso auch das iPhone erfunden und das alles durchgezogen und zu einem großen Erfolg gemacht. Das ist dieser Aberglaube daran, diese Minderung, also quasi dieses Abwerten der Leistung von Unternehmern und Erfindern und Entwicklern. Und dass die ja auch einen höheren Lohn bekommen, den höheren Unternehmerlohn, den Erfinderlohn, den Entwicklerlohn und so weiter, den höheren bekommen und sie sagt, nein, den höheren Lohn sollten die Mitarbeiter bekommen. Und das ist eben, da kann das Fuß, also naturwissenschaftlich ist es bewiesen, dass die Evolution aktiv Ungleichheit erzeugt und deswegen nicht jedes Kind, das geboren wird, gleich ist. Sarah Wagenknecht hat dann auch so Dinge gesagt wie, ja, also die Kinder, jedes Kind hätte irgendwie tolle Qualifikationen oder Möglichkeiten, das müsse nur in einem guten, offenen Bildungssystem auch jedes Kind diese Chance bekommen. Ja, das ist aber, da steckt immer wieder die gleiche Idee dahinter, nämlich immer wieder hier die gleiche Grundidee. Alle Menschen sind zumindest insofern gleich, dass laut Sarah Wagenknecht jedes Kind irgendwo in einem irgendwo gearteten Bereich eine Spezialbegabung hätte. Ja, also was weiß ich zum Beispiel, ein Kind könne ja niemals entdecken, dass es vielleicht eine Spezialbegabung als Violinistin hat oder als, ja, wenn ihm in dem Bildungssystem nicht eine Violine auch mal in die Hand gegeben wird. Ja, das ist aber jetzt, da steckt eben wieder diese Illusion drin, die Wahrheit ist, dass alle Musiker sich in erster Linie, dass es nicht darauf ankommt, in erster Linie welches Instrument sie jemals in die Hand bekommen, sondern ob sie einen inneren Antrieb haben, sehr fleißig zu sein, sehr hart zu arbeiten an der Musik. Und auch Musik ist eben zu 95 Prozent Schweiß und harte Arbeit und nur 5 Prozent mag da so ein bisschen Talent eine Rolle spielen, ja. Und für Musik reicht eben auch eine allgemeine gute Begabung aus und die ist eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ja. Also dieses, der größte Irrtum der Menschheit neben den zwei Irrtümern freier Markt und freier Arbeitsteilung seien positiv, ja, ist der dritte, der drittgrößte Irrtum ist, alle Menschen sind gleich, sind irgendwo Genies, wenigstens in Teilbereichen Genies und die müssen wir unbedingt entdecken. Das würde bedeuten, dass wir also jedem Kind jedes Musikinstrument der Welt in die Hand geben müssen, jeden Beruf ermöglichen müssen, bis wir dann die Lücke finden, wo das eine Kind vielleicht eine Ausnahmebegabung hätte. Das ist aber nicht realistisch, das ist auch nicht realisierbar, sondern Fakt ist, ganz grundsätzlich erzeugt die Evolution ein Lotteriespiel, die einen kriegen sozusagen kleinere Gehirne, die anderen größere Gehirne und die mit den größeren Gehirnen sind im Durchschnitt auch eben allgemein höher begabt und können in jedem Beruf auch bessere Leistung bringen als andere. Und vor dieser Wahrheit läuft natürlich die gesamte Linke weg und Karl Marx mit seinen Ideen, dass also die Unternehmer, da sie ja nichts leisten und letztendlich nur böse Ausbeuter sein und Mehrwertabschöpfer, das ist die gefährlichste Ideologie. Und wenn ich mir anschaue, die Gewalttaten jetzt wieder angesichts irgendwie einer Hausbesetzungsräumung danach sozusagen, da sieht man, wie gefährlich die Linkskriminellen sind mit ihren Ideologien, dass sie also sozusagen sich das Recht ausnehmen, rausnehmen mit Steinen, also für mich sind das Mordversuche mit Steinen Richtung Polizei zu werfen, das sind Mordversuche und dass wir das verharmlosen. Wir müssen knallhart verurteilen jede Rechtskriminalität und jede Linkskriminalität, denn das sind beides kriminelle Verfassungsfeindle, die sich meistens auch als Beleidiger und Diffamierer und Diskriminierer im Netz verraten und äußern. Ja, das war in Leipzig mit diesen Linkskriminellen, ja. Ja, und deswegen brauchen wir ja auch unbedingt eine Polizei- und Justizreform und Staatsanwaltschaftsreform, dass die Sicherheitsstimmen der Bürger eben über die Karrieren jedes Beteiligten entscheiden, denn wenn wir das nicht einführen, ja, dann sozusagen wird es weiterhin so sein, dass wir immer mehr Narrenfreiheit für Links- und Rechtskriminelle einräumen werden und sozusagen die Bürger sich immer unsicherer fühlen und immer mehr Menschen geschädigt oder getötet werden. Ja, also wir müssen also die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und die Unterstimme, Sicherheitsstimme muss also Polizei, Staatsanwalt und Gerichte wieder in den Dienst der Bürger und nicht wie bisher in den Dienst der Täter lenken. Also Opferschutz und Bürgerschutz geht vor Täterschutz, während unsere jetzigen Fehlanreize im System Evolutionsprozesse begünstigt haben, die den Täterschutz vor den Opferschutz gestellt haben. Und zwar ohne böse Absicht. Also kein Richter ist sich bewusst, dass er in Wirklichkeit mittlerweile mehr zum Sympathisanten der Täter geworden ist, als zum Sympathisanten der Opfer und Bürger, ja. Das wird den Leuten nicht bewusst. Das sind schleichende, vorteilbringende Irrtümer, die aufgrund von Fehlanreizen sich in den Berufsständen Stück für Stück ausbreiten. Markus Lanz entwickelt sich. Ja, es gibt ja auch eine Sendung, die ganz klar sagt, die Demo hat doch sehr viel bewegt, trotz all der Versuche sozusagen völlig andere Demos, wie die Demo am Reichstag, den Querdenken quasi in die Schuhe zu schieben. Trotzdem entwickelt sich die Medienwelt, wird nachdenklicher. Trotzdem, trotz dieses gewaltigen Fehlers, ich wiederhole es zum tausendsten Mal, der gewaltige Fehler, man querdenken, Ballweg hätte also unbedingt im Vorfall der Demo, ja, alles, was irgendwie rechts oder links extremer ist, herzlich ausladen sollen mit Nachdruck und alle Demonstrationsteilnehmer auffordern sollen, alles, was in irgendeiner Weise nach rechtsextremistisch oder linksextremistisch sein könnte, aussehen könnte, rauszuschreien, gemeinschaftlich rauszuschreien aus der Demo, haut ab, haut ab, haut ab. Und dann hätte man nicht versucht, diese Gesamtdemo in eine rechte Ecke abzuschieben, ja. Schluck Wasser. Ja, bei Markus Lanz, ja, da irgendwie, da wird jetzt auch irgendwie Thema, und Spahn hat ja auch sowas geäußert, dass vielleicht Teile des Lockdowns unnötig waren, ja, und, äh, äh, dass die Demos, ja, also Markus Lanz auch spricht an, dass die Demos wohl sich nicht als Superspreader erwiesen haben, was ja bei der immer noch vorherrschenden Killer-Virus-Hypothese, ja, äh, hätte es ja, äh, bei allen diesen Demos, bei denen die Maßnahmen, ich nenne sie ja ganz bewusst die Klein-Weißrusslands und die Klein-Schwedens, diese hätten ja als Experimente eigentlich Beweis, äh, Folgen haben müssen, die zu einem zeitlich passenden, gemäß der Inkubationszeit, zeitlich passenden riesigen Anstieg in den Daten, äh, der Schwererkrankten oder der Toten führen müssen, wenn die Killer-Virus-Hypothese richtig wäre, ja. Ja. Ja, und, und, ähm, äh, äh, Markus Lanz spricht auch das an, dass dieses ständige Warnen, äh, dass es ihm irgendwie übertrieben erscheint. Immer wieder dieses Warnen, aber irgendwie passiert nichts, ja, und irgendwie, äh, ist irgendwie doch kein Killer-Virus zu sehen. Irgendwie sagt Markus Lanz sogar so eine Formulierung wie, ja, es wird immer gewarnt, aber es ist nicht eingetreten, ja, äh, ja, und dass, äh, äh, diese, diese Sendung, die das zusammenfasst, ist in der Playlist Nummer 3 auf dem Sender News und Talks wohl zu sehen. Äh, äh, Playlist Nummer 3 im Endbereich, ja. Dann, äh, 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 dann ist da die Monitorsendung immerhin auch schon öffentlich-rechtliches Fernsehen, also das ist schon ein Erfolg, versucht die ganze Sendung überwieg-, äh, äh, sozusagen Michael Ballweg nach rechts, äh, zu schieben, Was aber verständlich ist, denn er hat den Kardinalfehler gemacht. Vor der Demo hätte er alles, was rechts oder links ist, auch die AfD unbedingt ausladen müssen. Er hätte begreifen müssen, dass unsere Gesellschaft eine Übersensibilität auf dem rechten Auge hat. Darauf muss man Rücksicht nehmen und hätte also ganz bewusst die AfD völlig knallhart ausladen müssen in jeder Form und hätte auffordern müssen, wir schreien, wenn doch sich jemand einschleicht von AfD oder anderen rechten Gruppierungen oder linksextremen Gruppierungen, schreien wir die raus aus der Demo. Aber gut, hat Michael Ballweg durchaus gesagt, dass auch viele Redner doch sehr linkslastig gewesen wären. Und das ist ja auch, was wir immer sagen. Dr. Wolfgang Wodag ist ein linker SPDler. Wir werden, wenn wir überhaupt beschimpft werden, eher auch so als SPD und Grüne beschimpft und so weiter. Oder manchmal sogar als Sozialisten. Gemeint ist allerdings Pseudo-Sozialisten. Also mit uns kann man über echten Sozialismus und echten Kommunismus reden, aber nicht über Pseudo-Sozialismus und Pseudo-Kommunismus. Das sind gescheiterte Irrwege der Menschheit. Ja, und das habe ich ja gesagt, also dass solche Dinge wie bei Drosten und Merkel solche Vorverurteilungen oder außergerichtliche Verurteilungen sozusagen als schuldig, dass das eigentlich strafbare Handlungen sind. Und dieser Widerstand regt sich jetzt wohl auch. Man will das wohl auch strafrechtlich verfolgen. Also nochmal, Verschwörungstheorien sind kein Kavaliersdelikt, sondern sind eigentlich strafbare Handlungen, weil in ihnen fast immer konkrete Personen beweislos verdächtigt und beschuldigt werden, ohne dass sie von einem Gericht abgeurteilt wurden entsprechend. Und insofern sind Verschwörungstheorien immer ganz dicht an der Straftat. Ja, Spahn gesteht auch erste Fehler ein. Ja, das passt ja zum Markus Lanz. Ja, und Sarah Wagenknecht, ja, das habe ich ja schon gesagt. Sie spricht dem Unternehmern letztendlich die Arbeitsleistung ab, so nach dem Motto, Unternehmer sind wertlos, sind ja nur Mehrwertabschöpfer und Ausbeuter, würde Karl Marx dann wahrscheinlich sagen oder die Marxisten sagen. Ja, so. Dann haben wir die Kurznachricht. Na, wo steht es? Ja, dann sieht Sarah Wagenknecht natürlich auch sozusagen, wenn wir nochmal zu den Tagesthemen zurückgehen, sieht eben auch den Intelligenzrückgang nicht als die Ursache. Es ist ja nicht so, dass ohne Grund die arbeitende Bevölkerung ärmer würde in Deutschland, sondern das ist ja gerade der Grund, dadurch, dass wir sozusagen einen extremen Mangel an Kindern von hochqualifizierten Frauen und Männern haben, sozusagen haben wir einen Mangel an Fachkräften. Und wenn natürlich hier aus diesem Bereich der niedrigen Intelligenz und der niedrigen beruflichen Qualifikation viele Kinder in die Welt gesetzt werden oder irgendwie auf jeden Fall es mehr Kinder werden, egal auf welche Weise, dann ist doch ganz klar, dass dann auch das Gehaltsniveau sinkt. Denn das richtet sich ja auch nach den Weltmarktpreisen für Arbeit, ja, und dass dann selbstverständlich auch die durchschnittlichen Gehälter in Deutschland absinken. Aber das liegt in erster Linie daran, hätten wir lauter Genies in Deutschland, würden die Unternehmen diesen Genies auch allen hohe Gehälter zahlen, ja, dass es den Niedriglohnsektor gibt, liegt daran, dass wir so viele beruflich niedrigqualifizierte und eben so viele Menschen niedriger Intelligenz in Deutschland haben. Und selbstverständlich können die Unternehmen im weltweiten Wettbewerb diesen jetzt keine allzu viel höheren Löhne zahlen, als auf dem Weltmarkt üblich sind, sonst fallen sie im weltweiten Wettbewerb zu weit zurück und gehen dann pleite. Also insofern, wir haben es nun mal in vielen Bereichen mit Weltmärkten zu tun, ja. Dann ist eine Sendung mit einer Ärztin, die über die Schäden der Pille berichtet. Und ich glaube, das war Bild-Zeitung, der Sender Bild-Zeitung, ja. Ja, das erinnert uns noch einmal daran, ja, also all diese, und zwar ist diese Sendung auch in der Playlist 3 des Senders News und Talks gelandet, auf unsere Bitte hin, ja. Und das bedeutet, dass wenn man sich diese Sendung mit den ganzen Schäden der Pille ansieht, dann kann man, darf man nicht mehr verlangen, dass Frauen entweder ihre Gesundheit gefährden durch Verhütungsmittel, die alle mehr oder weniger Gesundheitsschäden mit sich bringen, oder Gefahren mit sich bringen, oder gar durch eine immer riskante Abtreibung, sozusagen, sondern dass wir den Frauen das Recht freigeben müssen, nicht mehr der Satz, mein Bauch gehört mir, sondern mein Neugeborenes gehört circa 15 Stunden ganz allein mir. Und dass wir dadurch sozusagen die weltweite Überbevölkerung in den Griff kriegen, dass wir den Frauen die Freiheit geben, selber zu entscheiden, ob sie Kinder annehmen wollen oder nicht. Und sie nicht in gesundheitsgeschädigende Alternativen hineinzwingen, wie Abtreibung oder Pille oder ähnliche Dinge. Das widerspricht dem Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit. Und eine Geburt ist ja ein Naturvorgang. Und ja, gut. Ich habe ja schon ganz oft erklärt, wie das alles zusammenhängt. Ja, in Ö1. Professor Harditsch wurde in Ö1, also wohl ein ganz normaler öffentlich-rechtlicher österreichischer Rundfunksender, Ö1, spricht mit Professor Harditsch. Und es wurden quasi sozusagen wirklich mal viele Dinge zugelassen. Also die Nachdenklichkeit, dass sozusagen vieles dafür spricht, dass Corona eben in der Gefährlichkeitsliga einer kräftigen Grippe liegt und mehr nicht. Und dass von daher auch der ganze Lockdown nicht berechtigt war. Professor Harditsch deutet auch sowas an, wie dass nach dem Verbot der Großveranstaltung, was ja vielleicht man wirklich mal so als erste Maßnahme machen durfte, ja, die Zahlen so deutlich runter in den Keller gegangen sind, dass man die danach folgenden Maßnahmen hätte ja dann letztendlich auch unterlassen müssen. Ja, also sozusagen hätte ja vielleicht völlig gereicht, Großveranstaltungen mal eine Zeit lang zu verbieten, um dann zu sehen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Ja, und dann, ja, dann diese Sendung habe ich ja schon erwähnt. Man sieht also, trotz allem hat es eine Wirkung erzielt. Ja, und dann die Gemeinwohlökonomie gehört ja auch zu unseren Tagesthemen. Christian Fellber, Gemeinwohlökonomie, GWÖ, hatte also wieder mal einen Vorstoß in Dresden, wohl im Stadtrat gehe ich mal von aus war das. Und da konnte man sehen, dass alle linkslastigen Parteien irgendwie so einen kleinen Schritt Richtung GWÖ, Richtung Gemeinwohlökonomie wollten. Aber da wurde nochmal das bestätigt, was ich auch schon lange gesagt habe, dass eben die letztendlich allerdings nur mit 35 zu 34 CDU, FDP und so weiter eben die Gemeinwohlökonomie sich dagegen schon grundsätzlich entschieden haben, also sozusagen wegen Unwirtschaftlichkeit, in die sie die Unternehmen hineinzwingt sozusagen. Und sogar die SPD hat trotz ihrer Zustimmung trotzdem gesagt, dass sie, dass es Wettbewerbsnachteile durch die Gemeinwohlbilanz dann gibt für die entsprechenden Unternehmen. Und ja, und jetzt ist ja die interessante Frage, gibt es denn auch Wettbewerbsnachteile, wenn man die Next Scientist for Future Reformen einführen würde. Ja, also ich schließe aber nochmal ab. Also das heißt, insgesamt wurde das Gemeinwohlökonomie wieder mal mit einer knappen Mehrheit abgelehnt. Ja, generell muss man allerdings zu der Sendung jetzt beim Ö1 mit Professor Haditsch sagen, dass Professor Haditsch leider völlig die Kritikfähigkeit bezüglich des Gesundheitssystems fehlt. Also sozusagen die Fähigkeit zu erkennen, dass diese Gefährlichkeitsüberschätzung aufgrund der Fehlanreize im Gesundheitswesen zwangsläufig im Sinne eines vorteilbringenden Irrtums sich ausgebreitet hat und dass wir Gefährlichkeitsüberschätzung im Gesundheitswesen überall haben, das kann leider Professor Haditsch auch nicht erkennen und das fehlt natürlich in dieser Sendung. Ja, also jetzt gucken wir doch mal, haben wir auch Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft mit Einführung der Wohlfühlstimme? Ja, ich vermute genau das Gegenteil, ja, wenn wir hier, wenn wir sozusagen hier wieder sehr viele Kinder bekommen, dann machen wir volkswirtschaftlich wieder einen Sprung nach oben, dann kommen die Zukunftserfindungen wieder aus Made in Germany. Es werden viele Arbeitsplätze geschaffen, volkswirtschaftlich wird das ein großer Gewinn. Wenn wir, wenn die Menschen nur noch halb so oft krank sind wie bisher, weil das gesamte Gesundheitssystem durch die Wohlfühlstimme Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten auf Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung geeicht ist, sparen wir viele, viele zig Milliarden Euro ein jedes Jahr bis zu 500 Milliarden pro Jahr insgesamt und dadurch werden auch, dadurch, dass die Unternehmen ja auch alle an diesen 500 Milliarden Euro jährlich beteiligt werden, wird die Wettbewerbsposition der Wirtschaft nicht dadurch geschädigt, dass jetzt plötzlich sozusagen die Industrie sich in Deutschland für den deutschen Markt umstellen muss auf Herstellung gesundheitsförderlicher Nahrungsmittel, weil auch nur noch das belohnt wird und nur noch das von den Supermärkten den Kunden angeboten wird, vorrangig angeboten wird und so weiter. Das heißt also, ich in der Summe kann ich nur sehen, dass also die wirtschaftlichen Gesamtvorteile so gewaltig sind, dass dahinter jede mögliche sozusagen Nachteil eigentlich für mich verschwindet. Oder vielleicht können Sie das in die Kommentare schreiben, wo kann man trotz der riesigen Wirtschaftswunderaspekte durch die 20-Reform der Next Scientists for Future doch irgendwie Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft erkennen, wenn auch die deutsche Pharmaindustrie für den deutschen Markt zum Beispiel nur noch dann Verdienstzuschläge bekommt, wenn die Menschen in Deutschland gesünder werden und seltener krank werden. Also ich kann darin in der Summe keine großen Wettbewerbsnachteile sehen, denn die Verdienstzuschläge gibt es ja, die Industrie muss sich nur umstellen. Natürlich kostet die Umstellung ein bisschen Geld, das ist richtig, aber dafür ist ja das Wirtschaftswunder da, dass dadurch dann den Unternehmen die Umstellung ja auch finanziell mit abgedeckt wird, dass dadurch, dass wir alle etwas reicher werden durch das Wirtschaftswunder, das dadurch erzeugt wird. Also mir fällt es schwer, da irgendwelche Wettbewerbsnachteile zu finden, aber bitte, wenn Sie doch welche sehen, bitte in die Kommentare schreiben. Die werden dann ja immer in der nächsten Sendung beantwortet. Ja, das war es, glaube ich, schon mal wieder mit dieser, haben wir denn alle Tagesthemen abgedeckt? Markus Krall, also wie gesagt, und bei Extinction Rebellion, das fehlt uns noch bei den Tagesthemen. Da ist halt ganz auffällig, ich habe ja eine Zeit lang das Forum verfolgt von Extinction Rebellion, habe mich dort jetzt da abgemeldet und das ist reine Zeitvergeudung. Da finde ich, meine Meinung ist, mein Eindruck ist, dass dort Extinction Rebellion schon fast identisch mit der Antifa ist. Es geht überhaupt nicht um, man vermeidet jede Form einer inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Welt. Es geht immer nur darum, irgendwelche Personen als angeblich Rechte wegschieben zu wollen, anstatt inhaltlich zu diskutieren. Man will grundsätzlich, es wird überhaupt über nichts da inhaltlich diskutiert, sondern jeder Versuch eines inhaltlichen Gesprächs wird abgewürgt und man will nur eins, Leute, die man irgendwie im Antifa-Stil einfach als rechts beleidigt, die will man loswerden. Also das ist für mich übelste Fehlentwicklung. Also aus meiner Sicht sollte der Verfassungsschutz ganz gründlich Extinction Rebellion beobachten. Das erinnert mich doch sehr an diese Gewalttaten, die jetzt da, wo war es in Leipzig oder in Dresden, ich glaube in Leipzig war es, wo Steine Richtung Polizei geworfen wurden. Also aus meiner Sicht sind das ganz klare Mordversuche. Wenn Sie einen Polizisten hätten treffen können, dann handelt es sich schon um einen Mordversuch und das sollte auch entsprechend bestraft werden. Keine Narrenfreiheit für Rechtskriminelle und für Linkskriminelle. Ja, das war es mal wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald! Tschüssi, bis bald! Tschüssi, bis bald! Stopp! Untertitelung des ZDF, 2020